Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Herzlich willkommen zur neuen Altcoin-Analyse inklusive Bitcoin-Chart-Update. Heute mit Best von Bitpanda. Wir haben BitTorrent dabei und selbstverständlich, wie eben erwähnt, das kleine Update für den Bitcoin-Chart, also die Aktualisierung vom Video, von dem Video aus, vom Dienstag. Und hier hinten werden wir heute nochmal einen guten Blick drauf werfen. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel hier bei Best von Bitpanda, welches extreme All-Time-High hier dieser Token noch erreichen könnte, wenn denn alles gut geht. Wenn dich das interessiert, und das sollte es auf jeden Fall, alle Infos in diesem Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch heute begrüßen zu dürfen bei dieser Altcoin-Analyse. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, wir haben richtig, richtig extreme Charts heute zu bieten. Nicht nur von BitTorrent oder von Best, sondern Bitcoin ist halt endlich wieder spannend. Auch wenn es gerade so nicht mehr nach oben geht, ist das richtig endlich mal was, worüber man diskutieren kann und auch sich das Ganze mal anschauen kann. Und wir steigen einfach mal ein, denn alles, was du hier siehst, hat die Blockreporter-Community gewählt. Bis auf das Bitcoin-Update. Aber die ersten beiden Token, die wir hier vorstellen, das kommt direkt aus der Community. Den Link packe ich dir auch nochmal in die Videobeschreibung und nochmal als angepinnten Kommentar. Vollkommen kostenlos, diese Community. Also schau einfach mal vorbei. Schau, ob es für dich was ist. Wir sind alle sehr, sehr freundlich. Tausch dich aus. Tausch deine Charts hier, wie zum Beispiel von TradingView mit den anderen. Und schau, ob das so passt für dich. Als erstes zum Beispiel, also wir wollen jetzt erstmal anfangen. Müssen wir jetzt einfach mal gucken. Best ist ja richtig, richtig abgegangen. Das ist jetzt kein Jahreschart oder sowas. Du siehst es von November 2020. Also in den letzten paar Monaten ist das extrem gestiegen. Jetzt musst du aufpassen. Am Dienstag habe ich ja schon gesagt, dass die Dominanz von Bitcoin so ein bisschen eingebrochen ist. Um Pi mal Daumen 10% im letzten halben, dreiviertel Jahr ungefähr. Und dafür unter Others, also die Projekte, die unter Others gelistet werden, die Kryptowährungen und Token, sind sehr, sehr stark gestiegen. Im Verhältnis eben zu den Top 10 Coins zum Beispiel. Jetzt musst du aber vorsichtig sein, gerade bei solchen Sachen. Ich kann ja mal hier wechseln. Das ist ein Projekt, was ich schon die längeren ein bisschen beobachte. Ein Hardfork von Nano. Nano, ehemals Rayblocks. Ich glaube Mitte 2017 das Projekt. Wie gesagt, das hier. Auch, ich glaube ein azyklischer Graph, ähnlich wie wir Iota. Aber ich bin nicht in Nano drin. Gerne, wenn du mehr über Nano weißt, gerne in die Kommentare. Und im Prinzip der neue Dogecoin, Dogecoin, wenn man so möchte. Also auch Memecoin. Jetzt, wie gesagt, absolut keine Qualitätsansprüche, was jetzt irgendwie das Projekt angeht oder sonst irgendwas. Aber das verfolge ich halt schon ganz ein bisschen länger. Auch mit NFTs zugepackt und Giveaways und sonst irgendwas, wenn man sich dafür informiert. Und wir halten jetzt erstmal fest. Du siehst, ich habe das hier schon markiert. Ich mache es mal ein bisschen größer. 70.000 US-Dollar in 24 Stunden an Handelsvolumen. Das ist halt nichts im Prinzip. Aber dafür, wir schauen uns mal kurz hier den Chart an. Ein ähnlicher Chart, wie wir es jetzt hier eben bei Best hatten. Und dann siehst du hier mal 13. April 2020 und seitdem 12.000% gestiegen. Meine Herren. Also es muss nicht immer nur quasi so der berühmte Ökosystem-Token, wie es jetzt zum Beispiel auch der BNB ist von Binance. Oder jetzt eben Bestsein, der so performt, sondern auch diese. Aber sei gewarnt. Du siehst es ja auch bei Dogecoin und sonst irgendwas. Das kann halt auch echt nach hinten losgehen. Deswegen erstmal FOMO runterfahren und sich das Ganze anschauen. Und also bei der Community, bei euch ist ja sehr, sehr beliebt, irgendwie so neue Projekte anzuschauen. Klar, spannend, neu und wie man auch sieht, durchaus, wenn man damit irgendwie sich investiert oder sogar handelt, relativ oder sehr, sehr lukrativ. Und was wir hier sehen, ist, glaube ich, relativ einfach zu beschreiben. Also wenn wir, wir, oder ich gehe davon aus, dass wir hier als nächstes, wir haben hier keine Bullenflagge. Das sehe ich erstmal nicht. Dafür war der Drop zu hart hier oben. Ich kann es auch nochmal ein bisschen größer machen, damit man es dann deutlicher sieht, auch auf kleineren Bildschirmen. Also wir haben hier keine Bullfleck. Also selbst wenn man jetzt sagt, hier vielleicht den Peak rausnimmt, hier, was, also eine Bullfleck wäre für mich, hier, Clone, müsste ja wie eine Flagge aussehen und da ist nichts. Also da kann man nichts irgendwie machen. Man könnte jetzt irgendwie vielleicht so machen. Aber wenn, dann ist es vielleicht ein Reversal-Pattern, was wir jetzt so haben. So eine langsame Bodenbildung. Wir sind hier im Daily Chart. Der aktuelle Kurs vor allen Dingen von Best liegt bei 1,81 Dollar aktuell. Und wir müssen uns jetzt quasi darauf verlassen oder den Anhaltspunkt uns jetzt hier nehmen, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt, wie man so schön sagt, aber reimt. Und dann sehen wir, wir hatten einen Anstieg. Wir hatten eine Bodenbildung. Wir hatten einen Anstieg. Wir hatten eine Bodenbildung. Wir hatten einen Anstieg. Wer kann es erraten? Wir werden eine Bodenbildung haben. Und das wird es wahrscheinlich auch sein. Das heißt, wir werden quasi wahrscheinlich in diese Richtung gehen, nur um dann wieder nach oben zu schnellen. Denn ansonsten, ja, kannst du es dir sicher ausmalen. Wenn man jetzt sagt, ja gut, aber wenn jetzt Bitcoin vielleicht abrauchen sollte, vielleicht mal so in eine bärische Phase, wir sind ja in einer Seitwärtsbewegung. Die Amplituden bei Bitcoin werden kleiner. Das heißt, eine größere Bewegung wird kommen. Schau dir gerne nochmal das Dienstagsvideo an. Da habe ich auch nochmal ein Datum genannt, bei dem ich davon ausgehe, dass wir dort dann eine größere Bewegung sehen können. Was du hier siehst, ist, ich gehe davon aus, dass wir vielleicht nochmal ein wenig runtergehen für die Bodenbildung. Da war ich doch richtig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ungefähr so bei 1,60, so als psychologische Hürde kann man sich das einfach merken, so bei 1,60. Aber hier ist es eben bei 1,62 Dollar. Und 1,62 einen Support finden. Das heißt, wir werden vielleicht nochmal hier quasi so runterkratzen, um dann nach oben zu steigen. Wir werden auch gleich nochmal sagen, oder ich werde nochmal gleich gucken, wohin das Ganze denn gehen könnte. Wohlgemerkt ein extremes Beispiel. Abwarten. Wie gesagt, all eyes on Bitcoin. Auch hier siehst du, Bitcoin struggelt und auch hier geht es jetzt erstmal ein bisschen weiter runter. Und wir, ich glaube hier wichtig, wir haben das Fraktal besprochen, wir haben jetzt den Support besprochen. Und jetzt nochmal ein bisschen was zum Träumen. Wir spielen ja wahrscheinlich keinen Lotto, aber wir können ja hier mal ein bisschen träumen, wohin das Ganze sich hin katapultieren könnte. Und du siehst du, wenn wir das jetzt hier hingehen, so der Anstieg. Gut, wir hatten ja eine krasse Preisrejection an diesem Punkt. Machen wir nochmal ein bisschen größer. Aber der Anstieg ging eben hier bis 1,45 Dollar. Und das Ganze ist dann schlussendlich auch dann so, zack, hier gepumpt. Auch das nochmal vielleicht zum Vergleich. Clone. Ja, du siehst, wir sind hier gestiegen, runtergefallen. Wir sind jetzt hier gestiegen. Also, auch hier wieder, wer kann es erraten, was machen wir hier? Wir gucken uns das an. So, wir sagen hier von ungefähr der Bodenbildung, beziehungsweise nicht ganz von der Bodenbildung, können wir ausgehen. Und dann schauen wir uns das einfach. Wir machen mal die niedrige Variante, niedrig in Anführungsstrichen, was wir uns jetzt angucken, was denn möglich wäre, wobei das halt schon wieder ein sehr, sehr extremes Gefälle ist. Wie gesagt, wir gehen ja davon aus, dass wir hier vielleicht nochmal so ein bisschen runtergehen und dann nach oben. Aber wir gehen einfach mal von Support aus. Sagen wir, wir gehen hier vom niedrigsten Punkt, wollen wir, oder wird der Kurs steigen? Dann gucken wir uns das einfach mal an. Wenn wir das Pi mal Daumen jetzt mal hinsetzen. Wie gesagt, da einfach auch nochmal schauen, was der Bitcoin macht. Und so, das wäre dann das Ganze. Dann sehen wir, dass Best drauf und dran ist. Zum einen, obvious, wir sind ja bei 1,80, die 2-Dollar-Marke anzukratzen. Und das Maximum wäre dann hier bei einem harten Pump wieder bei ungefähr 2, ja, hier eben in dem Fall 2,66 gegeben, beziehungsweise 2,67, wenn man es aufrunden möchte. Aber ich sage mal so, bei 2,50 wird es wahrscheinlich reinhauen in das Ganze. Mal schauen. Für alle, die, warte, wir müssen ein bisschen runterscrollen, die hier hinten schon eingekauft haben, also in dieser Periode, herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, man darf ja träumen, potenziell Richtung 3-Dollar-Marke. Also ungefähr 1 Dollar gut machen. Das wäre schon ein Hammer. Wir kommen zu BitTorrent. Und, uh, 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 uh. Ach, Gottchen, okay. Ja, was soll man dazu sagen? Also hier, ich glaube, einer der größten Spinning-Tops, die man sowieso haben könnte. Das heißt, also ein richtig fetter Widerstand können wir jetzt schon einzeichnen hier oben. Das heißt, bei einem Cent ziemlich genau ist hier die harte Mauer. Wir können es auch nochmal untermauern, was wir sagen, indem wir das optisch einfach so hervorheben. Ein Cent, krasse Hürde von BitTorrent, was wir jetzt hier haben. Wir hatten auch hier diese parabolische Bildung bis eben zum 90-Grad-Winkel. Und jetzt kommt der neue Abverkauf. Nichtsdestotrotz, auch hier können wir nochmal unseren Aufwärtstrend markieren. Und wir gehen jetzt gleich nochmal in eine kleinere Zeiteinheit rein. Wir sind hier im Übrigen auf der Börse Bittrex im Einstunden-Chart. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,86 US-Dollar-Cent. Und wie gesagt, bei 1 US-Dollar-Cent liegt jetzt hier der große Widerstand. Sowohl eben mit den harten Verkäufen, beziehungsweise dass der Kurs hier keine Käufer gefunden hat. Aktuell noch ein aberisches Zeichen. Denn hier würde ich tatsächlich einfacher mal, auch gut aus Deutsch, MACD, mit einblenden wollen. Oh, ja, zweimal brauchen würde ich nicht. Dankeschön, aber einmal reicht. Dafür nehmen wir uns heute mal den einfachen RSI. Okay, also, Bitterend zumindest im Daily-Chart, im überkauften Bereich. Der MACD, der Trendfolge-Indikator, ist hier dabei auch nochmal, naja, wahrscheinlich noch nicht zu crossen. Das würde dann auch nach unten gehen, beziehungsweise wir sind hier immer noch im bullischen Bereich. Das heißt, auch hier würde ich fast sagen, so, 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 wir gehen nochmal eine Stufe tiefer, damit wir uns das angucken. Zack, zack, zack. Dann können wir hier auch die Linie nochmal ein bisschen genauer zeichnen. Das wird wahrscheinlich eher hier sein. So, wir hatten unseren Ausbruch über die 1-Dollar-Grenze. Um das, hier siehst du es nochmal schön und genau. Und, ja, das war ziemlich genau 1 Dollar oder 1,03 US-Dollar-Cent. Und der aktuelle Kurs bewegt sich jetzt wieder dorthin. Jetzt müsste man hier vielleicht nochmal gucken, warum sich hier der Boden gebildet hat. Auf jeden Fall können wir schon mal sehen, dass das direkt aufgekauft wurde, der Pump. Also wahrscheinlich einfach nur, um irgendwelche Order abzuholen. Und wir haben hier erstmal einen sachten Support. Hurra. So, zack. Ne, würde ich hier unten sehen. Und selbstverständlich, wenn wir das hier als Support nehmen. Also, der Support bei 8 oder 0,83 US-Dollar-Cent. Der aktuelle Kurs jetzt bei 0,926 US-Dollar-Cent. Und bei 1 US-Dollar-Cent haben wir hier das Positive. Ich würde jetzt noch nicht davon ausgehen, dass wir hier den Ausbruch und Retest haben. Also sowas. Zapp, zapp. Sondern wahrscheinlich noch ein bisschen seitwärts gehen. Das kann nämlich dem Bitcoin, dazu kommen wir gleich, auch nochmal passieren. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier vielleicht nochmal in die Nähe gehen. Wobei, wenn wir uns jetzt hier schon den Preis angucken, der hier hart abgefrühstückt wurde, kann es natürlich auch sein, dass wir hier erstmal nochmal unsere Linie antesten, um zu steigen. Um dann schlussendlich auszubrechen. Lauerstellung. Wir werden, oder nächste Woche wird es hier wahrscheinlich ein klareres Bild geben. Ebenso wie beim Bitcoin. Und damit sind wir auch schon beim letzten Projekt angekommen. Und hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, ich habe mir hier erstmal so eine kleine Trendlinie reingefrickelt. Wobei ich mir da noch nicht so sicher bin, ob da nicht der Wunsch der Vater des Gedanken ist, dass wir sagen, oh, ein Retest. Kommt ja der Ausbruch. Einfach mal schauen, wie es weitergeht. Denn eigentlich müssten wir die Trendlinie so zeichnen. Und das heißt, der Kurs muss noch ein bisschen nach oben, um das Ganze reinzumachen. Ich könnte jetzt wieder den Regressionstrend mit einzeichnen. Dann wären wir auch noch schön drin in diesem Trend. Den lasse ich trotzdem hier weg. Wir werden jetzt hier einfach mal schauen. Ich kann Ihnen nur raten, lass ein kostenloses Abo da. Denn am Dienstag geht es denn hier schon weiter. Den schiebe ich mal ein bisschen rechts hin, um dann zu gucken, ob es tatsächlich der Retest war. Wir könnten, beziehungsweise für alle, die jetzt abgeschaltet haben, die haben wieder Pech. Ich glaube, das mache ich so zum Trend bei mir. Wir schalten auch nochmal das Volumen aus. Einmal noch ganz kurz. Wenn du mir noch mal ein paar Minuten gibst, dann schauen wir uns das einfach mal nochmal an. Denn mein Freund Fibonacci Retracement. Ich verwende ihn so oft. Ich muss mir einen Shortcut merken. So, zack. Das heißt, nachdem wir hier schön den Pump mitgenommen haben, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Beziehungsweise. So. Und dann sehen wir, dass wir vielleicht hier nochmal diese 50.000 antesten könnten im großen Bild. Was wir jetzt hier haben, halte ich bis jetzt noch nicht ganz so für plausibel. Nehmen wir einen 4-Stunden-Chart. Na, wir gehen nochmal ganz kurz in den Daily. Zack, zack, zack. Genau. Mach uns dich nochmal ein bisschen größer. So. Zack. Holen unser Fibo wieder heraus. Und packen dich dorthin. Gehen aus der Daily Candle heraus. Und sehen hier. Zackhaft. No, 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 no. Sehr cool. Also ich mache es ja eigentlich immer so, dass ich mir die anderen Projekte erst 10 Minuten vor der Aufnahme angucke. Und Bitcoin dann ein bisschen mehr verfolge. Und dann sah das noch ganz anders aus. In der Telegram-Gruppe habt ihr ja schon geschrieben. Ich glaube, es war Michael Saylor, der irgendwie schon wieder einen Tweet rausgehauen hat. Ich kann nur jedem, der jetzt gerade neu anfängt, unsere Telegram-Gruppe empfehlen. Es ist manchmal harter Tobak, weil wir da wirklich talentierte Menschen drin haben oder Personen drin haben, die dort sehr, sehr fleißig drin sind. Aber man lernt nur mit Herausforderungen. Im Easy-Mode lernt man nichts. Deswegen kann ich, lest einfach mit, hört euch das zu. Wenn euch Wörter fremd vorkommen, fragt nach oder googelt es. Und was wir ja gesagt haben, oder was ihr gesagt habt, diese 4-Stunden-Kerze, dieser Pump, vielleicht ausgelöst durch diesen Tweet, hat nicht lange Bestand. Ja, und deswegen sollte man auch vorsichtig sein, wenn die Winkelvoss-Twins Elon Musk oder eben der Herr Saylor irgendwie tweeten. Das machen sie im Übrigen täglich mit irgendwie sehr tiefsinnigen Bitcoin-Sprüchen und so weiter. Also es ist jetzt nichts, was jetzt plopp, irgendwie aufploppt. Elon Musk ein bisschen weniger, aber die Winkelvoss-Twins und der Herr Saylor im Prinzip jeden Tag irgendwie pro Bitcoin-Post mit irgendwelchen One-Linern. So, denn, sehr cool, das kleine Pflänzchen hier, Wochenschluss über 67.800, Entschuldigung, 67.800 tatsächlich, wäre genial. Das wäre ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Ansonsten hätten wir hier nochmal den Drop eben auf die 56.000, vielleicht nochmal hier runter auf die 55.000. Was der Kurs jetzt hier machen sollte, wäre, selbst wenn er droppt, das heißt, selbst wenn wir hier diese Position nicht halten sollten, ein höheres Hoch bauen, also ungefähr auf diesem Niveau von ungefähr 55.000 oder 56.000, damit wir hier weiter steigen können. Was wir wollen, ist jetzt im Prinzip ein höheres Tief. Noch nicht mal ein höheres Hoch, sondern wir wollen ein höheres Tief haben bei dem Kurs. Und damit jetzt aber wirklich, das schauen wir uns dann am Dienstag an, wie gesagt, kostenloses Abo dalassen. Wenn du dich gut informiert und entertaint gefühlt hast, dann lass einen Daumen hoch da, denn so wird auch das Video in den Algorithmus gepusht und damit auch andere Leute das Ganze sehen. Gerne darfst du es auch mit deinen Freunden auf Social Media oder auch privat teilen, gerne, gerne. Und komm zu uns in die Telegram-Gruppe, wir sind alle nette Leute, wir sehen uns am Dienstag. Mach's gut!